Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise für ein angenehmes 4DX-Filmerlebnis. Zuschauern mit einer Körpergröße von weniger als 100 cm oder Kindern unter 6 Jahren ist der Zutat nicht erlaubt. Schwangeren Frauen sowie Personen, die körperlich oder geistig eingeschränkt sind, können wir den Besuch im 4DX-Kinosaal nicht empfehlen. Achten Sie gut auf Ihre persönlichen Gegenstände, da sich die Sitze dauernd in Bewegung befinden. 4DX kombiniert Bewegungen des Sitzes mit Luft, Wasser, Blasen, Licht und anderen Spezialeffekten. Obwohl das Wasser gereinigt wird, achten Sie bitte auf mögliche Schäden bei empfindlicher Kleidung. Sollten Sie keine Wassereffekte wünschen, können Sie den Modus auf der rechten Armlehne Ihres Sitzes ausschalten. Heiße Getränke sind im 4DX-Kinosaal verboten. Getränke sind nur in Flaschen oder Bechern mit aufgesetztem Deckel erlaubt. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Kinder dürfen weder Sitze geteilt noch eine Sitzerhöhung verwendet werden. Vermeiden Sie bitte häufige Bewegungen oder Umhergehen und stehen Sie nicht auf die Fußstützen. Jetzt ist es Zeit, das 4DX-Filmerlebnis zu genießen.